Heyo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Borderlands 2 mit dem Werten Abrat und meiner Möglichkeit beim letzten mal haben wir endlich das wie ist die DLC überhaupt noch mal Mr. Toll's Champion of Crash keine Ahnung auf jeden Fall ich sage jetzt einfach mal dass sich leicht zu merken dass BadassDLC aber BadassCrate of Bad Institute genau haben wir erfolgreich und jetzt machen wir einfach eine Geschichte simulierter Gewalt Coole Elektromucke ist wirklich gut ja auch wenn ich nicht so auf solche solchen Mist stehe ja jetzt komm hier hier komm hier lasst mir das mal von irgendeinem Pi da wegschubsen sooo hm sage mal und wir sind weg hm 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 so jetzt aber ah was machst du da die ganze Zeit auch in den Tartatress zu machen so 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 ein bisschen jetzt warten ich weiß nicht warum aber ich hab immer noch viel zu schwach aber guck mal na 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 los hänge mein Geschütz ins Steck ich mein Geschütz an ja es gab einmal einen der wollte den Skag zum Maskottchen Pandoras machen bis er gefressen wurde ja gefressen leichen und so total geil ja warum nicht toll wütigeres gag toll totes gag übrigens hast du dir mal die ep angeguckt die wir bekommen jetzt nicht gut geht zum nächsten trainingsbereich die arme abreißen wir die plötzliche fülle an kann man jagen darf haben und ich diesen parkour für die crimson raiders geschaffen ihr werdet mir helfen seine tödlichkeit zu testen damit ich nicht versehentlich die halbe streitmacht zu einem haufen winseln da drei veramputierter machen tot allen gegnern fast 4000 erfahrungen für ein tollwütiges gag jetzt ist doch mal gut er will sie nach jedem zweiten schuss nachladen ist das dreck ding noch eine andere ich hatte noch eine andere mensch musik die mit koalition wieder nehmen also kann ich die gegner damit abwerfen genau hauptsache abwerfen naja ich finde es immer wieder geil wenn du mit der knarre den gegner erstmal voll vor so gut ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Deiner ist perfekt! Ich mag Flottguns. Die töten recht präzise. Ja, weil der damit ja auch mehr Flächenschaden hält als anderen austeilt. Für allgemein mehr Schaden. Und? Dice. Badass Gag. Badass. Atrox Black. Freude. Konnotte! Konnotte! Ich hab nur wegen sieben davon. Ein Gegner wenig! Meiner! Boah! Suchen wir! So! Guck mal! Guck mal! Guck mal, Rina! Yeah, ich bin tot. Ja, Granartenmord hat mir gefallen. Fett, ne? Ja! Warte mal, warte... Eins nicest Ding! Fang ich jetzt sicher auch noch so an, ey. So, wo haben wir das? Ey, 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 ey! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Guck mal! Hm, Jacks Ebenbild zerstört zu sehen erfüllt mich mit einer Freude, die ich sonst nur empfinde, wenn ich sehe, wie kleine Kinder sich wehtun! Okay! Hm... Hm, Granatenmutz... Eine... Warte, warte, warte... Ah... Ich hab die noch... Ich hab noch einen Bein, das du haben. Ja! Wenn dann nämlich die Ehrenfluss wird und du musst jetzt erstmal... ein bisschen alles wieder... Äh... Wo haben wir sie denn? Mhm! 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 So! Die Frage ist jetzt... Ja, doch, die Legendäre, die packe ich dann nachher einfach wieder in Dingsren... Im... Trisor... Die legendäre Granatmutz... Hm... Äh... Und dann ist nach unten... Okay... Und... Herzlich willkommen, Kunde! Einmal Geronimo? Geronimo! Da 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 da! Clash! Bocho Base! Töte noch mehr Gegner! Ähm... Gerne... Ach du Elis! Ach du einige Scheiße! Warum nicht? Das muss übrigens dazu... Ach du Scheiße! Ich... Ich... Du auch nicht! Nein! Also... Der Elis ist schonmal Teil Down... Also zumindest etwas von dem Down... Ja... Ich... Versuche gerade mir zu helfen... Die Elis ist schonmal tot... Ich versuche noch ein bisschen bei dir damit zu ballern... Vielleicht kriegen wir noch die Daumen bevor ich weg bin... Äh... Hinter dir kommt Skag! Ich bin eh eh... Ich bin eh eh... Ich bin eh tot! Der beste Robot aller Zeiten! Ja... Vor allem die jüdenden Teile! Resistent gegen Explosion... Okay... Ist nicht gut... Du hältst... Du rockst die Sache ja da gerade noch so mal... Boah... Irgendwo habe ich gelesen, dass man in stressigen Zeiten wie diesen erbauliche Sachen sagen soll... Ähm... Kleine Hunde... Schokotorte... Nicht in Flammen stehen! Ja... Sehr... Sehr baulich! Och ist das ekelhaft, ey! Toll... Toll wie du jetzt Gag! Äh... Der kommt nicht mehr zu dir! Geh, du kommst noch mal zu mir! Äh... Die Tür hält nicht mehr auf! Du musst den Knopf drücken! Ja! Ich drücke... Ich stehe vor dem Knopf und drücke ihn! Er ist rot! Er geht nicht auf! Ich habe so ein ganz dummes Gefühl, dass... Äh... Wir das alles in einem Rutsch machen müssen! Ja... Da habe ich so auch... Gut, dann natürlich scheiße rein! Ich guck dir mal ein bisschen zu... Zu! Du kannst mir zugucken! Ja, indem ich einfach durch... Äh... Pieps! No Scope Kill! Töte nochmal... Ja... Komm ich vielleicht hier... Befreu... Wat? Mit Overpower Upgrades könnt ihr die Stärke eurer Feinde beliebig ändern! Ihr seid dann wie Götter! Obwohl... Das ist vielleicht nicht das richtige Wort! Designer? Vielleicht? Ja... Also... Naja... Gibt's doch gar nicht... Wenn der keinen Weg mehr hingeht! Ich glaub ich seh schon, wo der... Äh... Wo der Zähne raus ist! Nö... Kannste vergessen... Also... Das musst du jetzt wirklich gerade alleine machen! Krass! Wenn wir alle mal auf der Straße abgeknallt werden wie räudige Hunde... Werden die Nomaden unsere Leichen sauberpicken? Warum nicht? Ja... Ein unbekanntes DLC... Und dann so ein Schritt! Ja... Hör auf so präzise zu schießen! Der zieht grad sehr geil aus! Der zieht aus als ob ne Ameise über so ne kleine Farm läuft! Kannst mir irgendwie von... von da oben helfen? Ne leider nicht! Hier oben ist so ne scheiß Barriere! Na gut! Vom Tank krieg ich das noch relativ gut hin! Ich glaub das ist... Wenn mich nicht eintäuscht ist das auch der letzte Bereich! Nö... 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 Das hier hat oberste Priorität! Ihr müsst einige getarnte Sprengsätze entschärfen, die im Kampfgarten versteckt sind! Ähm... Gezahnte Sprengsätze... Ähm... Also ich seh da irgendwie... Drei grüne Sachen leuchten! Ne, das sind Munitionskisten, wa? Ja... Keine Ahnung... Bei dem Tor wo du gerade durchgekommen bist oder bist du über die Treppe hoch raus? Jetzt überschweig dich ja nicht mehr auf den Blick! Nö... Fuck jetzt! Wie der Junge sich immer wieder rettet! Ja, aber solange... Auch kein bisschen... Diese sogenannten Zwiebeln da im Boden, das sind in Wahrheit getarnte Hyperion Sprengsätze, die die Raiders an ihrem wundesten Punkt treffen sollen! Dem Gärtnerbataillon sammelt die Zwiebeln ein, aber nicht die Karotten... Gegner! So... Fuck! Fuck! WTF? Ja... Wokra sagen, warum... Tja, ich habe viel gelernt! Nochmal? Just try again! Bitch! Du hilfst mir und ich bez... Mithilfe von Iridium, Digistrack-Technologie und Scooters Wurstfingern! Bitte nicht zu viel rein interpretieren! Warte, 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 lass mal aber eben Muni kaufen! Bei bestehend seid ihr bereit für ein neues Pandora mit übermächtigen Feinden! Bessere Beute und Nacho-Käse-Sat! Auf auf und davon! Mä und okay! So... Ab jetzt! Genau! Waffen, waffen, waffen! Waffen, waffen, Waffen! Willkommen in meinem bescheidenen Laden! kauf dir mal die mp ja so eins von den beiden warte warte na toll jetzt hast du gerade die gekauft die ich mir kaufen wollte zu spät ja weil ich hier überall an bin also allein von den schadenswerten ist meine eigentlich besser ich glaube ich werde damit deutlich besser klar kommen auch wenn das 100 noch was weniger anschauen warte ich schmeiße meine waffe hinter dir ich bin sicher dass wir das schon so denn auch erneut in kampf und diesmal lernen wir nicht sterben genau was hat dich überhaupt gekillt zum schluss denn einer der minen ach die dinger hoch es ist ja sowieso nur optional von daher einfach geradeaus prinzip das knacken mit den packen naja die knarre geht die ich dir hingeworfen habe ja deswegen sage ich ja die knarre geht vielleicht ein bisschen langer aber ja ich ja deswegen habe ich mir die jacobs geholt weil ich spiele total gern mit der fortbeifel wirklich fast nur also fortbeifel und shotgun das ist meine liebliche kombi der vertikale kiefer des kegs fördert ihre verdauung und ihre folge symbolträchtigkeit ja die genauigkeit so auf weitere entfernung sind ziemlich im arsch aber ist ja sowieso nur auf 2-3-6 ok meine granate braucht doch echt lange ich wollte sagen da ist noch einer nachladen ja erfolge das ist ein tollwildiger ja hallo hat das jetzt nicht anders geklappt hat x versuchen ja auch einfach vielleicht noch ein bisschen weiterhielst du kannst ja dein geschützt wieder zurückrufen okay das sieht man auch nicht alle tage jetzt kommen wir erst mal die mädchen weit aufmachen wieso ist hier so eine ordentlichbare wand gewesen die geben fast 4000 natürlich ergehen auch die teilzunehmen Ach nein, ich soll nicht. So. Der große ist schon down? Genau. Ne, da unten ist er noch. Nope. Komm mal hoch. Wenn man die schickige Mittag war. Bam. Du warst 8000? Warte mal kurz. Ich will mal schnell, da ich jetzt wieder eine bekommen habe, meine Granatenmode austauschen. Weil ich habe eine, die bouncet. Ich darf schon mal zum nächsten Punkt. Jo, mach das. Ah gut, die sieht schon besser aus. Die zieht auch erstmal die Gegner mit an sich. Ja. Auf Dauer geht ein... Geht's. Geht's. Autogan, raus! Alter, willst du mir jetzt rollen? Für den, für den! Auf die Beine, mit dir Soldat! Auf die Beine, mit dir Soldat! hat geklappt gerade so ich muss jetzt erstmal kurz ein bisschen recken und mir eine energie hochfahren lassen wobei bei euch die medik jetzt ja das wäre nicht schlecht aber ich glaube so lange wie ihr im training sieht obwohl da vorne ist ein shop da vorne ist ein shop ja munitionsshop siehst du den haben wir vorhin ja nicht sehen ja warte 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 kiste kiste ich glaube die bezahlt man hier mit iridium ich habe zum glück ausgerichtet ich habe auch noch meine wir haben nicht gelassen ist der total nichts geht über einen guten fett lass mich wissen wenn dir etwas ins auge fällt ok nichts brauchbares jetzt wird gefistet du stehst also auf harte fisting action die gegner ich glaube ich bin der engel der rutscht hat die recht weg hier gerutscht ich bin der engel der rutscht hat die recht weg hier gerutscht ich habe noch drei ich mache den eben ich wollte machen ich habe meine letzte rakete für den geopfert ok dann lass uns eben sehen ich habe ihn daher ich habe erst mal die egene hinder ignorieren war die gerade ein schild hier wiesend 8000er schild ja da hast du mal bessere war es nicht nur ein 5000er ne war es auch ein 8000er Also dass wir die scheiß Gags killen. Stimmt, das reicht. Ja, aber hey, du verlierst 2000 Gesundheit. Oh gut, das ist natürlich dein... Scheiße. Ja, das ist wirklich dein Scheiße. Ehm... Mal sehen, was wir hier haben. Eine Piste. Ach. So. Für den SSC. Dann gleich ja. Hä? Achso, weiter, ja. So, die Folge wird heute mal wieder ein bisschen länger, würde ich meinen. Ja, würde ich auch meinen. Weil das mitten drin abzubrechen ist scheiße. In einer Reihe hier vor aufstehen. Ja. Oh ja. 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 Nein. Ja. Oh. Na. Oh, okay. Können wir machen. So, Raider? Äh, Ena ist da. Doch, muss denn hier irgendwo noch einer rummachen? Das sind wir. Ja, der kommt jetzt gleich runter. Esplodiere! Na komm runter, du Penner. Kleinfrosch raus! Oh, jetzt bin ich gespannt. Okay, du folgst mir. Oh, okay, wenn ich gleich hier die... Ja, M. Aha! Super. Ich muss grad sagen, das ist ein Superspot. Genau. Die größte Massenvermächungswaffe ist gesunde Ernährung. Niemand sollte sich gesund ernähren. Scheiße, was du denkst. Äh, nicht wenn sie unter den Arsch explodiert. Ja. Okay, dann... Dann ist es ja so semi-egal. Ups. Boom 3. Klar, Super Radar Nektor! Da kann ich dir nicht sagen, ob dein Mann ist sauer. Mami! Mami, Mami! Ja, wo ist alles? Stirb! Ach... So, so. War das. Wir können weiter, würde ich mal behaupten. Nein, nicht hier oben. Die muss werden. Die noch existieren, obwohl ich erstmal rumlaufen musste. Ich mag diesen Kopfschuss. Das Erfekte werden nur noch zusätzliche Schaden verursacht. Oh, jetzt wollen wir noch... Ich bin gleich los. Ich bin gleich los. Das kommt, den muss ich jetzt killen, sonst... Warte. Kriegst du ihn? Kriegst du ihn? Ja, ja, gleich, 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 gleich. Jetzt bloß schnell die Autogarn aufgestellt, Alter. Ja, da geht der Fall. Ach scheiße, ich habe ja kein Mund mehr. Nein. Das ist wirklich krass, der ist Butterfang. Aber, eins mit den eigenen Kräften kriegen wir diese... das war nur eine sache aber eher was für verkauft oder für dich also ich zumindest kannte damit nichts anfangen ja ja hab ich auch früher mit ich muss eben kurz ich muss eben kurz mich durch mein skill hallen weil von das magazin regeneriert leben ich packe mal einen granat für fein ich bin wieder so gut voll nein 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 ich dachte das wäre nur money und hab dann halt viel gekriegt gehalten es gab einmal einen der wollte den skat zu maskotchen pandoras machen bis er gefressen wurde falls du neben brauchst du hier hinten also falls wir gleich wieder ordentlich gefisst werden mit einer reihe hier vor ok ich habe gerade heilige scheiße war das kopf ab hier alle gab es unter den banditen vom halbieren Oh, da kommen gleich die Nächsten. Geh da weg, geh da weg, geh da weg. Du stehst voll in der Menge von vier Leuten. Nur zwei. Ah ne, gut, dann sind die anderen beiden oben auf dem Dach gespawnt. Ja, sie sind da oben. Komm runter. Ich bekomme erstmal meine Piste in die Fresse. Ja. Domo arigato, ihr Penner. In der Klack. Oh ja, cool. In der Klack auch. Ja da. Komm. Na endlich da unten, alter. Das sind ja Milliarden da. Death Trap sei Dank. Fähigkeitspunkt mache ich nachher. Jetzt erstmal noch nicht. Schaden kannst du das gebrauchen? Ja, ich habe gerade Sniper bei mir. Ich bin mal mit. Bei Titan glaubt gerade für ein Artefakt drin. Ich weiß gar nicht. Ich habe seltenere Beute. Verschiedene Schadenarten. Kann man ja immer austauschen. Erfahrung. Shotgun Schaden. Hm. Ich nehme mal. Erstmal Shotgun. Warum sind da schon... Warum sind da schon... Ich habe doch die Füge werden gleich überrascht. Er kann uns riechen. Hi. Tschüss. Du bist tot. Es lebt. Oh. Es lebte. Manni aufgehoben. Manni. Ich bin cool. Ich habe das Schwierigste für zuletzt aufgehoben. Ein kleiner Raum mit Gegnern. Was? Ein Badass-Gag. Genau! Achso. 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 Kommst du mal bitte schnell? Kannst du mal ganz schnell zu mir kommen bitte? Bin nur unterwegs, bin nur unterwegs, bin nur unterwegs. Weil ich gerade durch Brandschaden krepiert bin. Alter, der Typ, der haut rein. Du hast einen Skate? Ja, ich hab einen Skate von Gott. Wenn ich sowas ankomme. ich diese kinder kann jetzt ganze einblendung nicht sehen würde nein ja du hast ja immer die ganze zeit bei deinem skill als das symbol hey durch sind das nicht die assassins aus dem aus dem kanalisation genau so jetzt kommt da hinten ja das ist gerade in der mitte aufgleiche jetzt will man keine ausgleichen dort ist der schütze ja aufgesteckt also ich hoffe dass es das ende ist weil ich habe keine musik für mein schotland ich nehme eine andere waffe der ist exklusionsschaden resistent ja gut du stand ja auch direkt wir sind noch zu schalten okay was hast du gesunde habe ich noch gar nicht geguckt tortsch magazin geröse wir haben es gerückt krass im zweiten anlauf wir laufen und laufen und laufen 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 eine geschichte simulaturgewalt was ich würde meinen wir mal die folge hier an dieser stelle bevor wir uns dem parcours wahrscheinlich in der nummer schwer stellen und ich fand das erste krank aber gut wenn es euch gefallen hat und ihr mögt dass die folge mal ein bisschen länger war dann schaltet auch zu einer weiteren folge bollocks werden bis dahin gehabt euch wohl und ciao tschüss 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 tschüss